Einen wunderschönen guten Tag YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wurzeltipps mit Machze. Ich möchte heute mit euch mal die Einstellungen durchsprechen, beziehungsweise welche Settings sollten und können geändert werden. Ich habe da schon lose über die Video-Settings gesprochen. Ich möchte jetzt aber auch nochmal mit euch über Audio-Settings sprechen, über Einstellungen, über Keybinds, über Movements, über Fallschirm. Und das Ganze mache ich für Maus und Tastatur und Filmcontroller. Denkt bitte daran, ich bin Maus- und Tastaturspieler. Ich habe mir aber letztens mal im Stream ein paar Runden mit dem Controller gespielt und versucht. Und habe mir dafür die Einstellung von dem Gott-Himself-Aiden geholt, weil mir ist aufgefallen, sämtliche, ich nenne es mal Anführungszeichen, Profispieler, die Aiden, Jowoo und Co. spielen alle mit Controller. Deswegen habe ich es halt auch einfach mal versucht, mir die Settings übernommen und ja, einfach mal ausprobiert. Lasst uns mal reingehen ins Game. Lasst uns da mal Stück für Stück durchgehen jetzt. Wir fangen also an bei den Tastatur- und Maus-Optionen. Bei der Maus ist es natürlich immer eine Geschmackssache, das müsst ihr für euch herausfinden. Ich habe ein relativ großes Maus-Pad. Ich komme von Counter-Strike. Da spielt man ja generell mit einer sehr niedrigen Empfindlichkeit. Für die Leute, die es interessieren, ich habe eine DPI von 800 und eine In-Game-Sensitivity von 3. Und dabei ist der Status hier auf Relative gesetzt oder Relativ. Ich glaube, das heißt, dass wenn ich im ADS bin, meine Empfindlichkeit trotzdem noch gleich stark ist. Und wenn das andere, also Legacy jetzt hier auf Englisch würde heißen, dass die Empfindlichkeit runtergeschraubt wird, wenn du rein zielst. Da ich aber immer dasselbe Feeling haben möchte mit meiner Maus, habe ich das auf Relative gesetzt. Und die Multiplier sind eigentlich alle auf Standard. Da habe ich nie was daran geändert. Maus umkehren. Ich habe keine Ahnung, welcher Mensch auf dieser Welt sowas benutzt. Habe ich nicht. Beschleunigung, Filtering, alles aus. Smoothing auch aus. Braucht man nicht. Zum Thema Movement. Jetzt wird es hier so ein bisschen interessanter. Slide Behavior habe ich auf Tap. Ich glaube, auf Tap musst du es machen. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal geändert, weil Tappen musst du machen, damit du das Sliden abbrechen kannst. Wenn du auf Hold machst, dann kannst du das Ganze nicht abbrechen. Deswegen auf Tap. Cross Behavior und Prom Behavior habe ich auf Toggle. Weil, ja, wenn ich C drücke, dann will ich auch genug bleiben. Ich habe keinen Bock, meinen Finger die ganze Zeit auf C zu lassen. Kann sein, dass das im Controller alles so ein bisschen anders ist. Aber würde ich jetzt eher meine Hand für nicht ins Feuer legen. Das automatische Überklettern über Sachen habe ich auch aus. Ich lasse einfach die Leertaste gedrückt, wenn ich weiß, ich kann da rüberklettern. Tactical Sprint Behavior habe ich auf Toggle. Also ich habe auch keinen Bock, die Taste zu halten. Und es schläft mein kleiner Finger ein beim Zocken. Automatic Sprint. Hier ist es jetzt ein bisschen wichtig. Oder hier ist es etwas wichtiger für Controllerspieler. Ich habe es für mich am PC aus. Ich habe es mal eingestellt. Du kannst nämlich automatisch, wenn du W drückst, automatisch sprinten. Oder wenn du W drückst, automatisch taktisch sprinten. Das haben tatsächlich die Controllerspieler wie Joe Wu oder Aiden drin. Ich am PC, muss ich sagen, habe da jetzt nicht so die Notwendigkeit. Weil ich drücke einfach schnell zweimal Shift oder einmal Shift. Das geht super schnell. Das irritiert mich eher, dass ich dann nicht schießen kann. Und was jetzt auch sehr wichtig ist, um euer Gameplay zu beschleunigen. Bitte macht Auto-Deploy von eurem Fallschirm aus. Klar ist es manchmal ein bisschen nervig, wenn ihr im Wireless Headset habt wie ich. Und ihr geht kurz in die Küche und seid im Warm-Up. Und klatscht einfach nur dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal auf dem Boden. Fuck off. Das nehme ich dann in Kauf. Das Ding kann euch echt Zeit sparen. Wenn ihr irgendwo hingeht, wo ihr sagt, ihr wollt einen Auftrag haben. Ich sage jetzt mal einfach Boneyard zum Beispiel. Da ist ja immer sehr viel los oder auch im Superstore. Leute, macht Auto-Deploy aus. Ihr spart euch locker fünf oder keine Ahnung, 15, 20, 30 Meter vom Boden, die ihr einsparen könnt. Und macht das einfach wirklich im letzten Moment den Fallschirm auf. Irgendwann hat man da so ein Feeling für. Seid dann viel schneller am Boden, also schneller als die Gegner. Könnt looten und die eventuell abfangen. Das Ganze geht nicht. Also geht sonst nur, wenn ihr in der Luft schon einmal den Fallschirm geöffnet hattet und dann wieder durchschneidet. Dann geht er nicht nochmal automatisch auf. Aber wenn ihr wirklich straight nach unten fliegt oder nicht weit fliegt und wo ihr den Fallschirm vorher einmal aufmachen müsst, weil das kostet einfach Zeit. Es ist so. Dafür kann ich euch nur empfehlen. Macht's aus. Hold to use. Habe ich aus. Ja, braucht man nichts zu sagen. Hier habe ich eigentlich relativ viel Standardeinstellungen. W, A, S, D, O. Achso, genau. Die geänderten Sachen sieht man immer an diesem kleinen blauen Ding. Bei mir ist es so, ich habe E, F und Alt rotiert. Früher war, oder normalerweise ist Pingen ja auf Alt. Das habe ich auf F gesetzt und Benutzen habe ich auf E gesetzt. Einfach, weil ich bei Counter-Strike mein Leben lang auf E Benutzen gehabt habe. Und deswegen ist es für mich einfach ein Komfortthema. Das muss jeder für sich selbst wissen. Aber ich habe es auf E, weil ich da auch mit dem Zeigefinger schneller rankomme. Gut, mit F geht es auch. Aber mir ist es so, ich spiele auch Apex Legends oder ich habe lange Fortnite gespielt und allem drum und dran. Und ich habe keine Lust, in jedem Spiel die Einstellung immer oder mich umzugewöhnen. Auch einfach für die Muscle Memory, für die Leute, die das mit dem Begriff versagt. Deswegen macht das so, wie ihr es wollt. Ich erzähle jetzt hier gerade nur über meine Einstellung. So, und das zieht sich dann runter. Der Rest ist Standard. Center View habe ich aus, oder habe ich nie gebeidet, weil habe ich nie gebraucht. Ich bin ein Massen-Testaturspieler. Depleted Ammo-Weapon-Switch habe ich an, obwohl mir das tatsächlich noch nie aufgefallen ist, dass ich es anhabe. Wahrscheinlich wechsle ich immer bei den letzten zwei, drei Schuss schon die Waffen. Oder versuche nachzuladen oder zu entkommen, sodass ich das nie gebraucht habe. Minimum-Switch-Delay, das ist, damit man sie nicht zu schnell wechselt. Wenn man auch so den Doppelklick macht, dass man sie nicht wieder so zurück wechselt. Das ist auf 50, glaube ich, 50 Millisekunden eigentlich ganz gut. So, das Weapon-Mount habe ich hier tatsächlich auf eine bestimmte Taste gelegt, auf die Maus 5. Das ist hier die vordere Daumen-Taste, die hier. Da komme ich aber auch gleich noch zu, kommt hier unten noch. So, beim Dranzielen habe ich auch Toggle. Da gibt es genug Spiele, wie beispielsweise auf Fortnite, wo du gedrückt lassen musst oder wo du es schon standardmäßig gedrückt lässt. Ich bin kein Fan davon, weil ich drücke lieber einmal drauf und konzentriere mich dann ganz, klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich konzentriere mich dann mit der Hand gerne ganz aufs Zielen und nicht irgendwie mit einem Finger noch auf die Maus gedrückt zu lassen. Das ist auch so ein Feeling, muss jeder für sich wissen. Die anderen Sachen sind auch alle Standard, 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 Standard. Standard-Equipment-Behaviour, so wie beispielsweise C4 oder eine Granate, habe ich auf Holt, weil man dafür einfach dann ein besseres Feeling hat. Hier unten ist es auch alles Standard. Weapon-Mount habe ich tatsächlich letztens weggemacht. Das muss ich hier auf Maus 5 wieder beinden, habe ich jetzt gerade gemacht. Es ist auch standardmäßig drauf. Ich habe es letztens anbeindet, weil ich wusste oder weil ich Discord war und da habe ich dann Push-to-Mute drauf gehabt. Also alles gut. Burst, Alternate Fire Modus auf B, auch ganz normal. Melee-Finish in Melee habe ich auch auf der Daumen-Taste, also auf dem hier. Also hier ist Mountain von der Waffe und hier drauf ist Snifen, einfach weil ich damit mit der Maus schnell reagieren kann. Das ist normalerweise, glaube ich, auch auf E. Das habe ich aber jetzt, wie gesagt, anbeindet, weil ich auf E was anderes habe. So Granate auf G oder auf dem mittleren Mausrad. Tactical Equipment auf Q. Night Vision braucht man sowieso nicht in Warzone. Field Upgrades auf X. Das ist was, was mich tatsächlich so ein bisschen nervt. Ich überlege aktuell, ob ich das umbeinde, weil ich ab und zu mal auf X komme und deswegen Totenstille absolut waste. Ja, Ability, Waffen inspizieren, I für Inspect. Klar, Decrease Zoom auf J, Change Loadout habe ich auf einem 1 gesetzt. So, das sind die ganzen Standards, die sind aber eher für den Multiplayer als für Warzone interessant. Hier ist noch was Wichtiges, Keystreaks und Vehicles. Vehicle Camera Recenter, Maus und Tastatur habe ich es aus. Am Controller könnt ihr das natürlich anmachen. Armor Plate Behavior. Macht das bitte auf Apply All. Ihr könnt das nachher abbrechen, wenn ihr eventuell 1 drückt oder Waffen wechseln drückt. Aber so an sich wollt ihr ja immer alle Platten aufladen. Macht das lieber so rum, als wenn ihr immer wieder, besonders auch am Controller, immer wieder auf Auffüllen drückt. Weil ich glaube, ihr müsst Dreieck gedrückt lassen oder am Xbox Controller eben die Y-Taste. Und ja, das kostet euch einfach Zeit. Deswegen immer auf Apply All. Die verschiedenen Killstreaks sind auch für Warzone relativ uninteressant. So, dann kommen wir zu den Overlays. Die sind auch relativ uninteressant. Inventory auf Tab habe ich auf Hold. Die Map habe ich auf Toggle, dass ich M und M drücke. Weil das ist so weit weg vom Daumen oder von der anderen Hand, dass ich es immer einfach kurz drauf drücke, M. Und wenn ich es nicht mehr brauche, wieder ausmache, bevor ich dann irgendwie M gedrückt lassen muss. Oft sprintet man dabei auch weiter. Dann muss man die Hand nicht so verbiegen. Ich glaube, das ist verständlich, was ich da mit meine. Also M für Map, ja, Tab für Score und die ganzen Sachen. Ping habe ich wie gesagt auf F gesetzt, habe ich auch eben schon erklärt. Und den Voice Chat habe ich standardmäßig auch auf V. Hier kommt noch eine spannende Sache. Es ist nämlich so, wenn ihr auf euren PC-Seiten euren Loadout holt und auf standardmäßig ist hier, auf den nächsten Tab springen. Ich kann es euch jetzt mal mit Q zeigen. Siehst du, er wechselt die Tab. Und wenn ich jetzt R drücke, geht er halt in die andere Richtung. Und bei mir ist immer das Problem gewesen, ich wollte mir den Loadout holen. E habe ich natürlich auch benutzen und den nächsten Tab. Ich lasse E gedrückt und er springt dann immer automatisch auf die anderen. Also auf die vorgefertigten, nicht auf die Custom Loadouts, sondern auf die vorgefertigten Loadouts. Und deswegen habe ich das irgendwann einfach mal auf R getauscht, damit er nicht immer rüberspringt, damit ich schneller mein Loadout nehmen kann. Ja, bei Allgemeinen, Field of View habe ich auf 120 und ADS Field of View habe ich auf Effected. Dadurch, durch Effected ist es so, wenn ihr ranzoomt, behält er euer Field of View bei. Dadurch ist der Rückstoß der Waffe einfacher zu handeln. Kleiner Pro-Tip von mir. Und Field of View habe ich auf 120, einfach weil ich dadurch mehr sehe, mehr im Umfeld. Es gibt viele Leute, die kommen damit nicht zurecht, denen wir vielleicht auch schlecht dabei. Konsolenspieler könnt ihr leider sowieso nicht ändern, aber bleibt gerne oder versucht es einfach mal aus auf 120. Helligkeit habe ich etwas hochgestellt. Ich spiele in der Regel so auf 60. Im Film sieht das manchmal aber sehr blass aus, deswegen habe ich es auf 55 runtergestellt. Da habe ich aber auch schon in meinem Grafik-Settings-Video gezeigt. Introduction Movie habe ich geskippt, logischerweise. Farbenblinden-Modus, auch hier habe ich auf Blau Schwäche und auf beides. Einfach wichtig, weil das Spiel sehr blaulastig und trist aussieht. Ist auch Geschmackssache. Ich mag es lieber so, so sprechen die Gegner so ein bisschen weiter hervor. Zusätzlich beim Hut kann ich euch nur empfehlen, macht die Minimap bitte auf quadratisch. Ihr seht es hier rechts an der Seite schon. Ihr habt, wenn die Map quadratisch ist, einfach eine viel, viel, viel bessere Übersicht und seht viel mehr, als wenn ihr das Ding im Rund habt. Bei meiner Freundin war es jetzt lange so und ich habe echt gemerkt, man sieht wirklich viel weniger dadurch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es von den Metern her irgendwie sind, vom Durchmesser, aber es bietet euch auf jeden Fall viel bessere Übersicht. Den Rest habe ich standardmäßig gelassen. Ich habe die Telemetriedaten hier alle noch oder die meisten angestellt, außer die Millisekunden bis zum Rendering der GPU und CPU braucht kein Mensch. Aber die anderen Sachen, sowas wie Paketverlust und Co. interessieren mich schon sehr, weil wenn ich weiß, im Warm-up habe ich schon Paketverlust, dann gehe ich meistens aus der Lobby raus und suche eine neue, anstatt dass ich mich da irgendwie durchquäle. Bei Grafik-Settings ist es so, da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich werde unten in der Videobeschreibung, es gibt von NVIDIA einen ganzen Bericht über Grafik-Settings. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich kann euch für mich aus meiner Seite aus empfehlen, NVIDIA Highlights braucht ihr nicht unbedingt, könnt das ausmachen und in Revealio Reflex Low Latency, macht das gerne an, weil dadurch habt ihr eine geringere Latenz zwischen ich bewege meine Maus und es wird auf dem Monitor ausgegeben. Das bieten eigentlich so gut wie alle NVIDIA Grafikkarten, unterstützen dieses Feature. Deswegen macht es, es wird euch nichts kosten. Ihr könnt das auf Enable, Disabled und Enable plus Boost nehmen. Ich habe es auf Enable plus Boost, ihr könnt euch die Unterschiede nochmal durchlesen. Ich möchte jetzt nicht so im Detail eingehen, weil das den Rahmen so ein bisschen sprengen würde. Dadurch, dass ich eine RTX 3080 habe, habe ich meine Grafikeinstellungen alle relativ hoch eingestellt, bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Gehe ich auch nicht im Detail drauf ein, lest euch gerne den Bericht, der unten in der Videobeschreibung ist, durch. Das habe ich damals bei meiner 1070 genutzt und schon einen vernünftigen FPS-Boost bekommen. Bei Audio ist es so, nicht wundern, ich habe es hier auf 100, weil ich hier über mein Mischpult den Spielsound einstelle. Ich habe aber den Dialog relativ leise, ich habe die Effekte relativ laut und den Master eben halt komplett laut. Viele empfehlen auch, den Boost auf Height zu setzen. Das habe ich jetzt aktuell nicht, würde ich aber die Tage auch gerne nochmal ausprobieren. Voice-Chat on, Push-to-Talk oder Open Mic ist alles eure Sache. Musik habe ich ein bisschen leiser gemacht, weil die schon immer sehr laut ist. Ja, dann kommen wir hier nur zu den Controller-Einstellungen. Hier habe ich statt Default die taktische Variante genommen. Einfach, weil ich beim Schießen dann auch gerne crouche und deswegen am rechten Stick eben den Duken habe. Und auf B ist eben Knifen, das ist sonst andersrum. Dann haben wir auch wieder den Vertical-Look, habe ich auch ausgestellt. Die Dead Zone habe ich von Aiden übernommen. Die Empfindlichkeit habe ich auch von Aiden übernommen. Sie ist okay. Sie ist, also du bist schon flink schnell unterwegs. Also wie hoch geht das eigentlich? Insane, okay. Ne, also ich kann euch empfehlen. Sieben ist schon, ihr könnt euch schon schnell umdrehen. Wenn ihr ranzoomt, habe ich hier die LDS-Sensitivity schon so ein bisschen runtergestellt. Der Aim Assist unterstützt euch ja auch so ein bisschen dabei. Deswegen sieben ist schon in Ordnung. Auch für mich als für ein Nicht-Controller-Spieler komme ich da sehr gut mit zurecht. So, Controller-Vibration ist auch so eine Geschmackssache. Ich habe es an. Viele Leute irritiert es. Die haben es aus. Ich kann es euch empfehlen. Lasst es gerne. Es ist eine Geschmackssache. Wenn ihr wirklich Serious spielen wollt, macht es aus, weil es irritiert wirklich. Bei Rocket League, bei Schösser, habe ich es auch aus, weil man das Feeling im Controller nicht so richtig hat. Es bietet eigentlich keinen Mehrwert, außer dass der Controller vibriert. Und hier habe ich statt Standard auf Dynamisch. Fragt mich nicht warum. Habe ich von Aiden übernommen. Bei Aim Assist habe ich auf Standard. Das ist auch Geschmackssache. Aber ich glaube, Standard ist das angenehmste. Ich habe da jetzt leider keine Vergleichswerte. Habe ich aber auch von Aiden übernommen. Bei dem Ranzoom habe ich auch geändert. Das habe ich auf Ranzoom und Knife. Wenn ich also an der Kante Ranzoom und Knife, dann lädt er die Waffe ab. Das kannst du ja wie beim PC leider nicht auf eine Taste machen. Bei den anderen Sachen habe ich hier auch Halten. Bei der Einstellung ist es so, er hat in der Regel normalerweise zwei unterschiedlichen Sachen. Einmal tappen, einmal halten. Normalerweise hat er Tab to reload. Das heißt, wenn du Viereck drückst, beziehungsweise X auf den Controller, dann lädt er nach. Ich habe es aber zum Usen, damit du schneller looten kannst. Sonst müsste ich jedes Mal X-Taste gedrückt lassen, damit er die Sachen aufhebt. Das ist schwachsinnig. Das mache ich lieber beim Nachladen. Auf die eine Millisekunde kann ich da jetzt auch verzichten. Aber beim Looten ist das schon sehr anstrengend, wenn du jedes Mal gedrückt halten musst. Besonders wenn du irgendwie was suchst oder ein paar Sachen durchswitcht, ist es nervig. So und auch hier, gut, das ist jetzt nochmal eine eigene Einstellung, sehe ich gerade. Armorplate Behavior Apply All. Wichtig, macht es bitte. Und hier unten habe ich eigentlich Automatic Sprint aus. Auto Move Forward aus. Carriage Shoot Auto Reploy auch ganz wichtig aus. Vehicle Camera Resenter habe ich an. Und Slide Behavior auf Hold. Weil es am Controller nochmal was anderes ist. Bei den Account Settings gibt es nichts. Ja, soweit zu viel zu den Einstellungen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder irgendwelche Ideen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wir können da gerne gemeinsam drüber reden. Ich kann auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich würde das zusammenfassen in Videos. Würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt. Und ja, ich freue mich drauf. Die Sonne Season hat gerade angefangen. Wir streamen und grinden Raw Zone aktuell auf Twitch Extrems. Wenn ihr Bock habt, mal vorbeizuschauen, ihr seid hier herzlich eingeladen. Der Twitch-Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Ihr seid alle herzlich willkommen. Wir machen am Wochenende Community-Spiele. Und jeder kann mitspielen. Wir versuchen, Custom Games aufzusetzen. Ihr seid, wie gesagt, alle herzlich eingeladen. Wir können da auch live gerne mal Waffen ausprobieren, Setups ausprobieren, Loadouts, Einstellungen. Alles, worauf ihr Bock habt. Ich bin für alles offen. In diesem Sinne, wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal. Ich werde ganz viel Raw Zone Content in den nächsten Monaten bringen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.